Wisst ihr, was mir hilft, wenn ich einen schlechten Tag hatte und mir die Welt doof und grau vorkommt? Ich mache mir klar, wie faszinierend sie eigentlich ist, wenn man sie zum Beispiel kosmologisch betrachtet. Dass die Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, längst erloschen sind, wenn wir ihr Licht erblicken. Dass wir quasi in die Vergangenheit sehen, wenn wir sie betrachten. Oder die Gänsehaut-Tatsache, dass alle sichtbare Materie im All nur 20% der Gesamtmaterie ausmachen und dass wir über die restlichen 80% quasi gar nichts wissen, deshalb nennen wir sie dunkle Materie. Und nun könnten Forscher von der Polytechnischen Universität in Lausanne erstmals einen konkreten Hinweis auf die Zusammensetzung dieser mysteriösen dunklen Materie gefunden haben. Wir denken, dass das, was wir herausgefunden haben, ein Signal der Decay von Dark-Matter-Partikeln sein kann. Dark-Matter ist überall, obwohl es sehr schwer zu fassen ist. Jeder schaut es an, und das ist vielleicht das erste Zeichen. Dark-Matter ist ein der größten Mysterien des Universums. Alles, was wir sehen, stars, galaxies, planets, representen nur 20% allerlei der Materie im Universum. Was für die andere 80%? Das ist jedoch nicht mehr Materie. Diese Materie-Matter-Matter-Matter-Deutsch nicht mit Licht, also ist es nicht visible. Aber seine Gravitational-Effekte ist in der Kosmos. However, a dark matter signal may have just been detected. Scientists discovered an unusual signal when observing two objects, the Perseus Cluster and the Andromeda Galaxy. All matter and atoms emit a characteristic pattern of light that is called a spectrum. This is how we know, at large distances, the composition of different celestial objects. For example, known matter such as iron, hydrogen, oxygen, each emit light of different wavelengths. By analyzing the very short wavelengths of the Andromeda spectrum, that is, the X-rays emitted by that galaxy, the EPFL scientists discovered an unusual spike of photons that corresponds to no known matter. Above all, the distribution of these mysterious photons in the galaxy corresponds precisely to the presence of dark matter from a gravitational perspective. One hypothesis is that the signal may originate from a very rare event in the universe. The emission of photons due to the destruction of some hypothetical particle, for example, the sterile neutrino. After we found the signal from Andromeda Galaxy and Perseus Galaxy Cluster, we knew that there should be also a signal from the center of our own galaxy, Milky Way, as there is a lot of dark matter there. We did this analysis and we found the signal with intensity comparable to what we expect. If confirmed, this signal will help us to build a new tool to explore the universe, to discover how the universe was created, how it evolved and structured itself. This will be the whole new year of cosmological studies.